Hallo, in diesem Video zeige ich zur Abwechslung mal nichts, weil ich es nicht zeigen kann. Es geht um folgendes. In mehreren anderen Videos haben wir gezeigt, wie Sie offline, also außerhalb von Windows, Änderungen an Windows vornehmen können. Zum Beispiel Passwort ändern, Änderungen in der Registry oder andere Geschichten, Dateien austauschen. Das klappt bis Windows 7 auch ganz wunderbar. Mit einschließlich Windows 8 hat Microsoft allerdings den Bootvorgang geändert. Der Bootvorgang von Windows 3.1 bis einschließlich Windows 7 dauerte eigentlich immer nervig lange, weswegen Microsoft eine neue Möglichkeit brauchte, den Rechner schneller zu starten. Deswegen hat Microsoft mit Windows 8 eine Technik eingeführt, bei der beim Bootvorgang eigentlich gar nicht mehr richtig das gemacht wird, was eigentlich beim Bootvorgang gemacht wird. Ursprünglich wurden während des Bootvorgangs natürlich die Treiber geladen, dann die wichtigsten Dateien, die Treiber gestartet und damit die Hardware angebunden. Da 99 Prozent aller Startvorgänge aber immer gleich sind, dachte sich Microsoft, dass man den Startvorgang oder für den Startvorgang das gleiche Prinzip anwenden könnte, das man auch schon für den sogenannten Stromsparmodus verwendet. Das heißt, ein Image der Boot-Daten wird auf der Platte gespeichert und wenn der Rechner dann startet, dann lädt er nicht mehr die 50 verschiedenen Dateien, sondern startet nur noch diese Image-Datei. Daraus folgt logischerweise, dass wenn wir zum Beispiel eine Datei austauschen oder in der Registry Änderungen offline vornehmen, Link zu einem Beispielvideo in der Beschreibung, dann merkt Windows das gar nicht, weil nämlich genau diese Dateien beim Bootvorgang auch gar nicht geladen wurden. Wenn wir also Änderungen am System durchführen wollen, die sich nach dem Neustart auswirken sollen, dann müssen wir den sogenannten Fastboot-Modus abschalten. Und genau das kann ich Ihnen hier nicht zeigen, weil mein Windows 8 hier gerade erkennt, dass mein BIOS die Möglichkeit gar nicht unterstützt und deswegen mir die entsprechende Option nicht anbietet. Ich kann Ihnen aber zeigen, wo Sie das Ganze finden. Also wir gehen erst mal unter Windows 8 in die Systemsteuerung. Da klicken wir drauf, System und Sicherheit und dann haben wir hier Energieoptionen. Da klicken wir auch drauf. Und jetzt haben wir hier Links auswählen, was beim Drücken des Netzschalters geschehen soll. Da klicken wir nochmal drauf. Das dürfte jetzt bei Ihnen etwas anders aussehen und zwar geht es sich hier unten um diese Checkboxen. Die sehen so aus, als wenn man sie klicken könnte. Können wir aber nicht anklicken. Abgesehen davon, mir fehlt die wichtigste Checkbox. Um die hier aktivier- oder deaktivierbar zu machen, klicken wir hier oben auf. Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar. Da klicken wir drauf. Eventuell kommt da die Sicherheitsabfrage, die dann einfach bestätigen. Denn danach kann ich das hier rausnehmen. Hier sollte bei Ihnen mindestens noch eine dritte Option zu finden sein. Und zwar die Option Schnellstart aktivieren. In Klammern dahinter empfohlen. Und solange Sie nichts ändern wollen, sollten Sie das Ganze auch drin lassen. Aber wenn Sie mal von außen an Ihr Windows dran müssen, dann eben hier die Checkbox rausnehmen und den Rechner ganz normal runterfahren bzw. neu starten. Und dann wird auch wirklich nach dem Neustart alles wieder von der Platte gelesen und nicht von dem Image. Nach den Änderungen können Sie das Ganze natürlich wieder zurücksetzen und haben dann wieder den Schnellstart aktiviert. Okay. Wenn Ihnen nicht mal davon aus dem Teilyangklied Flțiebene Aunque änderungen können Sie das Ganze auch drin lassen. Und wie Sie der Schnellstart sind hiermit nicht da. Dann wird auf die Kirche gelesen, aber dann wird auch ganz normaler gegründet. Ich bin mir noch nicht da. Dann bin nämlich mal überlevin. Ich bin mir am auf. Ich bin da. Bis zum nächsten Mal.